Ich glaube, ich war viel zu nett zu ihm. Ich war viel zu nett. 25, Alter! 25, ey! Wahnsinn! Das ist so, als wäre ich noch die ganze Zeit in der Abzeit stehen. Da habe ich extra gemacht, damit du mehr machst, weißt du? Ah, sehr klar, erfahren wir, erfahren wir! Was geht ab, Freunde? Heute gibt es noch wieder eine schöne Prediction zu FIFA 23. Wir haben die beiden Jungs am Start hier, Bernd und Wolf. Wir werden jetzt von den beiden Jungs deren Karten prognostizieren. Allerdings werden die Jungs nicht ihre eigene Karte prognosen, sondern gegenseitig. Er macht seine und er seine. Dann gucken wir mal, was ihr euch so gegeben habt. Am Ende vergleichen wir das noch mit den Karten, die die Jungs letztes Jahr hatten. Tempo, ne? Nicht gucken, ey! Das ist wie in der Schule hier! Kack nicht rein! Also, ihr könnt auf die Kacke hauen oder realistisch bleiben, wie ihr wollt. Ich bin doch realistisch mit dem Tempo. Tempo würde ich, boah. Ja, der ist kein Schirmer. Der würde 35 laufen gar so. Der würde immer älter, ne? Ja, genau. Ich würde 60 geben. Schuss! Nach Samstag oder Freitag weißt du was für den Schuss auch. Schießen ist immer so eine Sache. Würde ich sagen, der hat ja gut was gezeigt, der Junge. Echt? Bleibst du realistisch oder haus auf die Kacke? Grundsätzlich bleib ich realistisch. Okay. Was würdet ihr euch als Skills geben in FIFA? Fünf Sterne? Mittlerweile ja. Rainbow Flick, Ococha, Waka Waka, alles am Start. Schwacher Fuß auch fünf Sterne, klar. Defense. Ja, du magst auch nicht mehr nach hinten. Läuft doch eh nicht da hinten. Ne. Nicht viel überlegt hier. Physik hast du schon mehr als das, was FIFA dir gegeben hat, ja? Ja, er ist Maschine, der Junge. Ja, ich... Okay, und mach doch das Gesamt-Rating oben. Ja. Was ihr als Gesamt-Rating geben würdet. Ja, ich werde bei mir ein bisschen mehr, aber egal. Ein Gesamt-Rating habt ihr auch gemacht? Gesamt-Rating ist das oben links. Wo ist das? Da, hier einfach draufschreiben, das Gesamt-Rating der Karte. Doch, dieses Jahr hast du geliefert. Also... Okay. Dann... Sehen wir jetzt hier die finalen Karten. Was habt ihr gemacht? So, ich fange mal an bei Moukoko erstmal. Wir haben Dribbling 79, plus 10... Ne, plus 3 nach oben nur. Nur plus 3? Du hast doch hier einige Skills rausgekommen. Hätte man schon auf die 80 gehen können. Ja, ich höre. Defensiv ist eine Frechheit. 25. Das haben wenige Skills. Ey, nein, 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 nein. Defensiv? Alter, ich arbeite wie ein Tiermann. Bei uns ist die Tore wichtig, Bruder. Das ist okay. Ja. Physis auf 70, plus 10. Hat er gut trainiert oder was, sagst du? Ja. Ist klar. Hast du Muskeln aufgebaut? Ja. Ich bin Maschinen geworden. Ich bin halt dagegen, weißt du. Ja, merkt man schon. Und 75er Gesamt-Rating. Plus 6 nach oben. Ja, passt. Das passt? Ja, würde ich auch geben, ja. Ich glaube, ich war viel zu nett zu ihm. Ich war viel zu nett. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal hier. Oh, da war ein Künstler am Werk. Was ist denn da passiert mit dem Bart? Geil. Da vorne könnt ihr die aus letztem Jahr sehen. Fangen wir mal hier an. Bei Wolf. Einfach mal ein Upgrade plus 5 bekommen. Bist du zufrieden damit? Plus 5? Was steht da? Nach innen ziehen? Ja, das ist ein Special Move. Ach so. Also, wenn du gegen den spielst, das ist deswegen Dribbling. Mhm. Dann weißt du, der geht nur einen. Okay, Tempo 85. Einen nach oben. Ja. Eigentlich bist du schon schneller, oder? Was würdest du dir geben? 90? Ja, so 92. 92. Also, wenn du und der Manet jetzt ein Sprintduell macht, dann packst du ihn in die Tasche, oder was? Ja. Sag mal, so gleichzeitig vielleicht. Wenn das Greenwood läuft, dann gleichzeitig. So mit Hals ein bisschen rausfahren. In der Z-Linie, ne? Füße. Und was ist denn bei der Füße passiert? Fünf? Ja. Nicht so gut hörbar. Ja, aber das ist das Wichtigste auf dem Platz. Ja, ich bin zufrieden mit Männern. Das ist krass, oder? Das ist gut. Defensiv mit 69 plus zwei nach oben. Ich sag ja, top. Ja, außer Füße so, oder? Ja. Einen kleinen Spaß muss ich auch gemacht, ne? Ja. Dann haben wir noch seine Karte. Was hast du da angestellt? Dribbling 63 plus minus 6 runter. Ja. Wo sind die Skills? So schlecht geworden? Ja, Dribbeln. Du dribelst ja nicht. Ist nur auf ohne Bahn. Ich akzeptiere. Und Defensive sogar plus zwei nach oben. Ja. Warum plus zwei? Na, der Arbeiter mit Lein. Arbeitst du viel mit Lein? Nicht viel, aber was der Stürmer machen muss eigentlich. Nicht zurückkommen, nicht in der Halbzeit stehen, ne? Und Physis hoch auf 85 plus acht. 85? Ja, ist schon Maschine, ne? Ja, ich finde. Und Gesamptrating? 78, also plus sechs. Würdest du unterschreiben? 78er Karte? Ja. Ich würde sagen, 88 gebiert 80. 80? Ja. Plus zehn Physis hast du bekommen von ihm. Dafür krieg ich aber so einen Bart, Alter. Plus Defensiv. Was hab ich bekommen? Und Defensiv 18 runter. Ist der so schlecht hinten? 30. 30. Ich dachte, das ist noch gut. Ja, gut, das ist ja auch Offensivspieler, ne? Also hier schießen 90. Hat der so einen guten Schuss. Aber ich finde gut, dass du es beim Kim gelassen hast, weil da ist genug da. Ja. Ja. Den hast du ja frisch rasiert vorhin. Ja, so. Auch hier die Außen, Leute. Ja, ein bisschen vergessen. Der Schuss hat ja gut. Ja? Plus 15 nach oben? Also im Training. Im Training? Ja, aber sonst sieht die Karte auch nicht schlecht aus. Kann man mit arbeiten. Spielbar, ne? Ja. Ich hab dich sogar schneller gemacht als FIFA. Nee, nee. FIFA hat mich letztes Jahr zu langsam gemacht. Zu langsam. Also, ey, ich bin jetzt keine Rakete, aber ich wäre jetzt auch nicht so langsam wie Mats, Digga. Ja, das sind eure Karten. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ja, ich bin zufrieden. Ein paar Sachen kann man vielleicht noch abändern. Bei dir Defensive? Bist du mehr oben? Ja, 25. 25, ey. Wahnsinn. Das ist so, als wäre ich nur die ganze Zeit in der Abzeit stehen. Habe ich extra gemacht, damit du mehr machst. Ja, FH war FH. Die werden auf jeden Fall jetzt noch verlost. Deswegen unterschreibt die auf jeden Fall mal gerne. Und wir verabschieden uns auf jeden Fall aus diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt alle E-Football-Kanäle aus. Da könnt ihr die beiden Karten unterschrieben. Verlost gewinnen. Und ja, wir sind raus, Leute. Die Jungs sind auch raus. Macht's gut, ne? Ciao, ciao.